Jo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, in unserer Höhle. Nach dem kleinen Cut, ich stehe auf meinem herrlichen Podest. Der Raza ist irgendwo anders. Wir haben uns natürlich direkt verloren, als wir hier runtergegangen sind. Ja, ich bin hier an meiner Goldwand. Ja. Ist ja goldig, ne? Goldig. Ich mach die Stoppo dann doch mal an. Ja, mach mal. So typisch, wieder für uns. Ja. So, ich muss mal kurz, ich hab ja keine Stoppo an, ich muss mal ganz kurz was rechnen an der Uhr so. 26, ne? 27. Okay. Übrigens haben wir jetzt, jetzt hören wir es jetzt auf 1.23, also auf 1.2.3. Und ich hab jetzt leider, weil das gerade alles ein bisschen unerwartet kam, hab ich kein Matmos drauf. Das heißt, dass diese schönen extra Geräusche hier alle so kommen. Da hört man jetzt. Wenn ich mit dem Schwert drauf hau, kommt nämlich nichts mehr. Unerwartet würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich hab nämlich in meiner Minecraft-WG-Folge gesagt, dass ich es dir schreibe eben schnell noch. Ja, aber ich hab's nicht wirklich mitgekriegt. Ja, okay. Und da hab ich auch nicht so drüber nachgedacht, dass ich das noch installieren hätte müssen. Aber ich mach's dann in der nächsten Aufnahme, sehr schnell. Da ist die nächsten paar Folgen, je nachdem wie lang wir jetzt aufnehmen, wird's dann leider nicht drin sein. Da ist es ein bisschen ruhiger bei Mitchell. Ist auch schön. Bei mir ist es halt ein bisschen ruhiger. Da muss ich noch ein bisschen mehr labern. Ja. Wenn ihr mehr Geräusche haben wollt, kommt zu mir. Ich hab schön Musik im Hintergrund laufen, wie immer. Ich kann mal gucken. Sound kann man dann ein bisschen lauter machen, im Prinzip. Machen wir mal so 15 Prozent. Musik kann man eh so lassen. Ich höre Zombies, ah. Ah. Ich glaub, so ist das gut. Ich höre Zombies. Also, wir haben ja in der letzten Folge schon einen Diamant gefunden. Direkt zu Anfang, im Prinzip, als wir hier runtergekommen sind. Aber jetzt weißt du gar nicht mehr, auf welche Höhe du bist, ne? Ja, doch. Die Map hab ich drauf. Ich hab das Matmos. Ach ja, Matmos. Ah ja, Sound, Sound. Sound ist das. Sound ist das, genau. Das ist der herrische Sound. Der bei mir nie funktioniert hat. Ich würd den auch drauf haben, übrigens. Ich muss das nochmal ausprobieren, wenn ich da mal Zeit habe. Ja, das ist von mir. Wenn der Rassamu mal Zeit hat, verstehst du? Dann muss ich quasi da voll das Krüppelzeugs in einem Minecraft-Ordner zusammenfriemeln. Dann ist im Ordner selber sind irgendwie auch nochmal da mehr Dateien drin, im Übergeordneten. Schreib mir nochmal eine Anleitung dafür, bitte. Mhm. So, ist der Mitchell zu mir nix? Keiner. Keiner Lust hat er. Keiner Lust hat er. Das kann auch sein. Ah. Ah. Also, mein Inventar ist gleich wieder voll. Ich huber dich grad. Gut, das jetzt zu fragen und das dann gleich einfach zu machen ist natürlich auch blöd. Was denn? Ähm. Ich antworte einfach für die, äh, für die Zuschauer. Ne. Lass doch nicht. Slash Home ist blöd. Nur, oder? Ja, wird auch, wird auch nicht funktionieren, weil der Server das nicht mehr hat. Ehrlich nicht? Ich glaub nicht. Ey. Mach's, probier's nicht aus, sonst bist du nicht. Nein! Er hat's wirklich nicht mehr. Ja, siehste. Ey, ich brauch dafür den Live-Server. Das jetzt kommt man da gar nicht mehr klar. Wo seid ihr denn hingerannt da? Hä? Wann machst du denn wieder Livestream? Morgen, oder was? Im Allgemeinen, wenn ich da wieder irgendwo, ich renne mal einfach orientierungslos da rum. Ja, ich muss gucken, wenn ich, ja. Besonders, wenn man in die eine Richtung geht, da musst du ja irgendwie ungefähr, ich glaub, 3000 Meter oder so durchs Wasser schwimmen, damit du hin an Land kommst. Und ich glaub nicht, dass ich das wieder zurückfahre. Ja, der Server ist auf 1, 2, da kannst du dich bei Smoky bedanken für. So. Smoky schuld. Ich fand ja 1, 0, 1, äh, 1 ganz gut eigentlich. Jetzt haben wir aber die, jetzt haben wir aber die Treppen, das heißt, wir können später dann, aber ich denk mal, wir werden wahrscheinlich was länger als erstmal im Cape hier rumlungern, dann super Sachen, wenn wir dann mit den ungedrehten Treppen und so machen. Was heißt wieder? Im Allgemeinen können wir das jetzt einfach rummachen. Lunger, lunger. Und wir haben Redstone-Lampen. Oh, Redstone-Lampen. Ein Zombie! Zombies droppen jetzt auch Eisensachen, ne, wisst ihr? 1, 2. Kann also passieren, dass der jetzt einen Helm droppt oder eine Schippe oder sonst was. Oder auch nur Rottenveed. Das ist, äh, ne, immer möglich. Oh, ein Creepy! Ein Creepy! Uh! Ach du fuck, ich seh deinen Namen. Was? Oh. Ist bestimmt ein Faker. Ja. Denk mal klicken. Wo siehst du ihn denn? Also in welche Richtung muss ich gucken, um deinen Namen zu sehen? Ich hab auf jeden Fall das Fleisch schon. Ach, da bist du! Ah, der Mitchell! Der erste Unterkriegte erst mal ne Kelle von mir. Oh, ne, hab ich jetzt fast einfach runtergesprungen, da hab ich ja nochmal geguckt hab. Ja, wär auch schön gewesen. Lava so, es macht richtig Spaß. Ist richtig fun, und so, ne? Ja. Wollen wir uns zusammen weiterrennen oder wieder, äh... Ist mir egal, ich wär jetzt hier runtergerannt und hätte Spaß gehabt, irgendwie. Spaß! Juhu! Hier ist Redstone, da ist bestimmt Diamanten hinter. Hm? Nein. Wahrheit kannst du nicht selber. Hab ich da auch in so einer, in meiner WG-Folge, ne, da schreiben sie in den Kommentaren, du hast da Diamanten übersehen, ne? Mit Zeit haben sie genau gepostet. Ich guck mir die Stelle 15 mal an oder sowas und dann seh ich's erst, dass da vielleicht Diamant sein könnte. Und heute in der Aufnahme geh ich natürlich dahin und Tatsache, da ist Diamant. Wow! Das sah gut aus. Da hätte ich fast den Mitchell getötet. Ne, ne, ich bin, ich hab, ich wollte da runterlaufen und dann hab ich gemerkt, so, oh... Klang, klang nach Creeper. Hab dich mir so angehört, war sogar tatsächlich jemand. War ein Creeper, echt? Ja, war einer. Ist ja eine aussterbende Rasse, wo hast du den denn? Was ist denn hier mit dem Wasser? Das fließt. Ja, jetzt nimm mehr. Du hast das Wasser kaputt gemacht. Ja, so viel Wasser wie hier ist, hat das jetzt ungefähr gar nix gebracht, weil ich... Ey, ich buddel mich jetzt wieder einfach irgendeine Richtung, ne? 1, 1, ja, 12,6, jetzt buddel ich mich einfach wieder so geradeaus. Warum denn das noch so genug unerforscht ist? Das seh ich anders. Also hier ist total als Dunkelloch, da oben ist ein Zombie. Ja, ne, ich hab aber keinen Bock höher zu gehen, ich will da auf der Höhe bleiben. Ey, da geht's ja drunter da. Also ich bin ja auf 18 und jetzt hier geht's wieder runter. Und hier ist noch unerforscht, hier ist noch keine Fackel, nicht? Und bin jetzt auf 14, 13, 12... Ja, aber Ende vom Lied, wir sind natürlich hier irgendwo, wo wir schon waren. Das kann natürlich sein. Aber muss ja nicht. Ich bin in der Schlucht. Hier waren wir noch nicht. Ich hab noch keine Schlucht. Gesehen. Und da ist da wieder kacke. Wo bist du denn hingegangen? Tja, äh... Soll ich wieder zurückkommen? Oh Gott, wie bin ich denn hier hingekommen überhaupt? Ich bin hier durchs Wasser. Hier lang. Siehst du meine Schrift schon? Äh, nein. Okay, ich muss gegen das Wasser anschwimmen. Ich muss... ...anschwimmen! Äh, äh... Ich weiß ja nur nochmals in welche Richtung... Ja, warte ich... Da! Okay, ich hab so ne... etwaige... Wo bist du denn jetzt? Siehst du mich? Da! Ich hab dich gesehen! Hey! Hallo Creeper! Tschüss! Bam! Du bist da hoch jetzt, oder was? Ne, ich bin hier runter, hier. Und dann hier durchs Wasser so ein bisschen. Juhu! Äh! Muss schwimmen! Äh! Und dann bist du hier, zack! In der Schlucht! Siehst du! Boah! Du musst gegen... ...anschwimmen! Hehehehe! Boah! Schlucht! Boah, da oben laufen irgendwie Viecher rum. Ich hör die schon. Tududu... Tududu... Ich hab Super Mario Musik! Tudududududududu… Aber hier in der Schlucht gibt's ja gar nichts, ne? Keine Ressourcen seh ich hier. Ist ja herrlich! Wunderbar, ey. Wunderprächtig. selten so eine geile Schlucht gesehen, die frei von jeglichen Scheiß-Drecks-Ressourcen ist. Hast du das Wasser ausgemacht? Scheiß-Drecks-Ressourcen? Ja. Da ist ein Zombie. Der Zombie-Tier rum. Und Drop XP. Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen... Die Schlucht geht natürlich auch ein bisschen hoch wieder. Vor wie lange ist denn die Schlucht? Da muss man mal hier zu Ende sein hier. Also da oben hab ich Gold gesehen, da ganz hinten. Aber das war halt ziemlich weit oben. Ja, so gehen wir auch nicht. Hier ist zu Ende. Da oben ist Eisen, aber das interessiert auch keinen. Ja, egal. Ich werd jetzt... Ich mach jetzt mal was. Ich geh jetzt... Ja, aber das kann passieren, dass du noch nix findest. Das sind einfach nur gerade ein Gangkrab. Das ist dir klar, ne? Ja, ich mach aber was anderes. Was denn? Ich geh jetzt quasi hier so nach oben. Was willst du da oben? Gucken. Okay. Dann riech mal an die andere Seite der Schlucht, ne? Hier ist der Rotstein. Rotstein? Rotstein. Überzeugter Deutscher. Ah, oh! Uff. Ah, ah. Ah. Was ist los? Ja, doch. Lava ziemlich nah neben mir. Ja. Und ich meinte mal, fast reinjumpen zu müssen. Das ist für mich arisch. Echt mal. Ich spring jetzt wieder hier ohne. So, ich spiel mir da 12,6 und buddl will da irgendwo hin. Ich bin auf 13 gerade. 13, irgendwas. So, mach mal. So, so wird das herrlich. Ne buddel voll rum. Mein Gott, ich... Also, wenn ich das jetzt durchziehe, dann finden wir uns wirklich nie wieder. Ja, und? Ich hab Jaws. Ich frag mich eh, wie wir jetzt rückfinden sollen. Da jetzt der Show nicht mehr geht. Ja, du. Ich weiß nicht. Ich glaub, es könnte lustig werden. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung wir laufen sind. Müsste man jetzt in den Aufnahmen davor gucken, quasi. In der Aufnahme gucken. Ist auch gut. Wir sind nach oben gerannt. Oder sind wir oben wie oben rumgerannt, weil wir das schon kannten. Also, ich hab jetzt hier einen Cave gefunden. Wo bist du? Ja. Ich kann mich zu dir teleportieren. Das geht. Ich muss erst mal gucken, ob hier Diamant ist. Ach so. Wenn hier kein Diamant ist, dann kannst du dich zu mir pforten. Wenn da kein Diamant ist, dann brauch ich mich auch nicht pforten oder was. Ne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir können halt gleich irgendwann gucken, ob wir uns dann irgendwo mal wieder finden. Oh ja. Ich hab ja keine Ahnung, welche Richtung du gebuddelt hast. Aber in der Regel ist das ja eh immer so. Dort man buddelt und buddelt und irgendwann auf einmal steht man wieder voreinander. Naja, jetzt kommt auch, wenn wir jetzt natürlich gänzlich in andere Richtung rennen, dann... ...is es unwahrscheinlich. Aber kurz ruhig. Ich wusste doch, dass ich hier irgendwo... Ach so, das ist die Lava blubbert. Ich hab gedacht, was ist das denn? Da hat sich irgendwann, als wenn irgendwo ein Slime rumhüppt. Aha. Blubberne Lava klingt nach Slime. Ja, die machen doch auch so komisches Klick-Klack-Geräusch da. Klick-Klack. Klick-Klack. Diamant! Eins. Zwei. Oh, jetzt pforte ich jetzt echt zu mir. Ist doch voll langweilig, zu zweit hier rumzurennen. Ich bin doch schon fertig. Jetzt bist du da, wo quasi umliegend auf jeden Fall erstmal kein Diamant mehr ist. Voll schlau. Ich hab mich noch gar nicht gepoltet. Ach so. Hallo, Spiele. Gut, dass du mir alles unterstellst hier. Du hast ja gerade schon wieder so schnell irgendwas eingetippert. Wo bist du denn jetzt? Ich seh deinen Namen übrigens die ganze Zeit, ne? What? Cheater. Ich seh deinen Namen nicht. Ja, das ist schon ziemlich weit weg. Dann ist ja gut, dann hab ich ja Chancen hier Diamanten zu finden. Ja. Ich find aber nur Rotstein. Rot-Stein. Boah, du mit deinem Rotstein. Hast du das, wenn du das sagst? Wow! Boah, alter, verdammt. Rotstein, Rotstein. Nur bei 0 immer. Ja, komm, wir machen mal den Rot. Und komm, wir machen mal den Blau. Oh ja. So ist das. Ich hab einen Cave gefunden, aber da waren wir schon. Steht in der Fackel. Das hat sich ja gelohnt. Wow, hallo, Achmed. Ja, kannst du auch lassen. Jetzt aufhören, Schluss. Ich hände einfach mal hier durch, so. Jo. Und dann sind wir wieder am Ende. Ja, das war's dann. Die Höhle ist zu Ende, die Folge ist zu Ende, die, ja. Nicht. Toll, jetzt bin ich auch wieder in dem Cave, wo wir schon waren. Bäm, bä, bä, bäm. Für den Arsch. Lalalala. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wie war der eigentlich mein Kohle-Song? Hab ich schon noch nicht mehr gesungen. Kohle, ttttt, Kohle. Genau. Ah. Hier ist viel Lava, das heißt, hier war noch kein Mitchell. Aber der Rassamon kann das schon gewesen sein, weil der macht keinen Lava-Wicke. Das kann natürlich sein. Bum, 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 ba, 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 ba. ID-Content-Treffer kommen gleich. So. So, meine Kinder, ihr denkt auch schön dran, dass wir immer schön beide Aufnahmen gucken, ne? So parallele und so. Das sieht einfach viel cooler aus, wenn ihr uns labern hört und zwei verschiedene, ne? Habst du nicht gesehen. Zwei verschiedene hast du nicht gesehen, musst du sehen. Zugesehen. Nee, anders. Gold. Gold, das wollt ich nicht haben. Was ist denn Redstone? Redstone heißt das. Was ist denn das? Rotstein. Ah, Rotstein!